Das Mantra der Stunde. Wir haben eine brandgefährliche Pandemie mit einem neuartigen Virus. Diesen Erreger weisen wir mit dem PCR-Test nach und retten kann uns nur eine Impfung. Seit März regiert die Pandemieangst. Aber kommt uns das nicht bekannt vor? Wie war das bei der Schweinegrippe, bei SARS-1, bei der Vogelgrippe und so weiter? Auch damals Panik, Panik, Panik. Und dann war es doch nicht so schlimm. Gibt es da ein Muster? Gibt es Profiteure? Auf jeden Fall gibt es Grund zur Skepsis. Laut WHO liegt die Gefahr, bei unter 70-Jährigen an ihrer Covid-Krankheit zu sterben, bei 0,05%. Ich spreche mit einem, der schon vor Jahren das Buch Viruswahn geschrieben hat. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Dr. Klaus Köhnlein nach Kiel. Hallo Frau Preradovic. Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Internist mit eigener Praxis in Kiel, haben dort am Sportmedizinischen Institut der Uni promoviert und ihre Facharztausbildung in der hämatologisch-onkologischen Abteilung des Uniklinikums Kiel absolviert. Und Sie haben zusammen mit dem Journalisten Thorsten Engelbrecht das Buch Viruswahn geschrieben und zwar schon 2006. In diesem Jahr gibt es eine überarbeitete Ausgabe mit Corona. Ihr Buch Viruswahn ist aus aktuellem Anlass natürlich aktueller denn je. Der Untertitel lautet, wie die Medizinindustrie ständig neue Seuchen erfindet und auf Kosten der Allgemeinheit Milliarden Profite macht. Das ist für manche sicher starker Tobak. Welche Voraussetzungen braucht es Ihrer Ansicht nach, um eine neue Seuche zu erfinden? Um eine neue Seuche zu erfinden, bräuchte es eigentlich nur neue Tests, die man auf vorher bekannte Krankheiten, mit denen man vorher bekannte Krankheiten testet und dann sagt so, das ist jetzt eine neue Erkrankung. Wir haben das erlebt mit der Vogelgrippe, mit der Schweinegrippe. Die haben sich immer auf die sowieso vorkommenden Grippezeiten draufgesetzt und haben dann durch einen neu eingeführten Test Krankheitsbilder von der normalen Influenza separiert sozusagen. Und dann hatten wir plötzlich außer der Influenza auch noch eine Schweinegrippe und außer der Influenza auch noch eine Vogelgrippe im nächsten Jahr. Das war eigentlich alles relativ durchsichtig, wenn man bedenkt, dass bei der Vogelgrippe sollte das Tamichu vermarktet werden. Bei der Schweinegrippe sollte die Impfung als Rettung vermarktet werden, die ja dann damals die Leute gar nicht akzeptiert haben. Also es ist ja dann zwar gekauft worden, aber sie wurde nicht verimpft, sodass es dann auch wiederum teuer entsorgt werden musste. Sie haben vorhin gesagt, es ist der Test im Grunde, der eine Voraussetzung für eine neue Seuche ist. Ja, weil wir keine wirkliche Neuerkrankung haben. Also um jetzt mal auf Corona zu sprechen zu kommen, da war der Beginn ja auch in China. Der Patient Zero war ein 89-jähriger Chinese, der an einer Lungenentzündung starb. Und in dem Moment fragte ich mich schon, wie kommt das jetzt, wer kommt auf die Idee, bei diesem Patienten nach einem neuen Virus zu suchen. Das ist ja nicht so eine ungewöhnliche Situation, dass ein 89-jähriger Patient, der an einer Lungenentzündung stirbt, dass man da jetzt nach einem neuen Virus sucht. Und das ist aber passiert. Flugs war der PCR-Test da. Also eigentlich braucht das ja länger. Man untersucht solche Leute dann und sucht nach neuen Viren. Aber in diesem Fall war ganz schnell dieser PCR-Test da. Und durch den verbreitete sich dann die ganze Geschichte. Insofern, als alle positiv getesteten Patienten dann als Covid-19-Patienten behandelt wurden. Es gab in China einige mehrere Lungenentzündungen, die man da gesehen hat. Die wurden dann auch Covid-19 genannt. Und als ich sah, dass also oder hörte, dass in China da ein neues Virus losging, habe ich mich zuerst gefragt, wie haben sie die behandelt. Weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass hier ein neues Virus kommt, was die Menschheit ruinieren kann. Und als ich dann sah, wie sie sie behandelt haben, dann dachte ich, oh Gott, jetzt geht das wieder los. Sie haben sie hochdosiert mit immunsuppressiven Medikamenten behandelt. Also mit Cortison, mit Interleukin-Inhibitoren. Das sind also Medikamente, die die Immunantwort ausbremsen. Auch mit AIDS-Drogen sind gehandelt worden, mit Lupinavir und Ritonavir. Und hochdosiert, wie gesagt, Cortison und Interferon. Das sind alle Substanzen, die ich mir bei einem wirklichen Virusinfekt nicht wünschen würde. Und das ist das, was das Coronavirus eigentlich ist. Das ist ein viraler Infekt, ein Husten-Schnupfen-Virus. So hat Drosten es ja anfangs selbst bezeichnet. Und dann hat man ihm wahrscheinlich schwere Verläufe gezeigt. Und da er ja kein Kliniker ist, wie er selber sagt, hat er sich möglicherweise davon beeindrucken lassen. Er hat gesagt, oh, das kann ja auch zu schlimmen Problemen führen. Und hat dann gesagt, ja, möglicherweise kann es also auch schwere Verläufe haben. Und dann hat sich das möglicherweise alles so ergeben, dass man also gesagt hat, ja, das ist so schlimm, das Virus. Wir müssen alle testen und haben dann auf dem Wege diese Test-Pandemie erzeugt, an der wir jetzt noch leiden. Also Sie meinen im Grunde, dass die Patienten auch damals in China an der Behandlung gestorben sind und nicht am Virus. Das heißt, die Behandlung hat das Immunsystem zerstört. Und dann war das Virus letal. Also ja, so kann man das sagen. Sie sind nicht alle daran gestorben, haben ja auch welche überlebt. Aber die Prognose wird dadurch schlechter. Wenn Sie einen akuten viralen Infekt immunsuppressiv behandeln, dann ist das Ergebnis schlechter. Das haben die Studien letztlich auch gezeigt. Das waren alles Negativstudien. Das heißt, wenn wir von Negativstudien reden, dann heißt das, dass die nicht nur nicht geholfen haben, sondern dass etliche Patienten sicherlich dann gestorben sind vorzeitig. Und viele andere Maßnahmen gegen Corona haben sich auch kontraproduktiv erwiesen, wie zum Beispiel die frühzeitige Intubation, die man gerade bei alten Menschen eher vermeiden sollte, die aber zum Selbstschutz, zum Schutz des Personals dann doch vorwiegend gemacht wurde. Und die neuen Experimente der WHO, die dann im März losgingen, Ende März, die zu dieser massiven Übersterblichkeit geführt haben, vor der sich heute noch alle fürchten. Das waren die Wochen, in denen also die Medien voll dieser Bilder war. Intensivstationen und Sargkolonnen und Armee, die beim Abtransporter Leichen helfen sollten und all solche Geschichten. In der Zeit gab es tatsächlich eine Übersterblichkeit. Und ich kann mich noch gut erinnern an eine Diskussion mit Freunden hier, die sich auch fürchteten. Die sagten, nein, in London sterben sie gerade, wie die fliegen. Also die hatten Kontakt mit den Kollegen in London und das kommt auch bei uns an mit Sicherheit. Und naja, in 14 Tagen wissen wir mehr und 14 Tage später war dann bei uns über noch nichts los. Und mir fielen dann durch Zufall die Studien der WHO in die Hände. Und dann sah ich, dass die großen WHO-Studien Ende März losgegangen sind und zwar mit Dosierung von Noxychloroquien in einem Bereich, der hochtoxisch ist. Wie kann das sein? Da wurden nämlich am ersten Tag 2,4 Gramm vorgeschlagen. Und es gibt dann auch ein Interview in der französischen Zeitung, wo der verantwortliche Arzt der WHO gefragt wurde, wie er denn auf diese hohe Dosis gekommen sei. Und da sagte der damals, naja, also Covid-19 ist eine neue Erkrankung, da müsste man ja mal mit irgendwas anfangen. Und er hätte sich so ein bisschen nach der Behandlung der Amöbenruhe gerichtet. Und der andere Kollege meinte dann, ja, er hätte viel Amöbenruhe behandelt, aber nie mit Doschichloroquien, sondern mit Doschikinolin. I think he confused it, sagte er dann. This man is dangerous. Das heißt, er hat sich einfach vertan mit dem Medikament und hat dann daraufhin eine falsche Dosierung angesetzt? So ist das wohl, ja. Er hat sich offensichtlich mit dieser Dosierung vertan. Es hätte eigentlich auffallen müssen, weil das hatte zur Folge, dass die Patienten am ersten Tag zwölf Tabletten schlucken müssen. Und wenn sie es nicht schlucken konnten, dann wurde das zermörsert und ihn über eine Tube eingeführt. So stand das auch in der Empfehlung. Zwölf Tabletten Quensyl, also 200 Milligramm gibt man das normalerweise. Das ist eigentlich ein Medikament, was nicht sehr toxisch ist, möchte ich nochmal betonen, weil es ja auch viele Leute gab, die die Hydroxychloroquie überlebt haben. Es gibt sogar viele Ärzte, die das ausgesprochen gut fanden, weil die Patienten das relativ gut vertragen haben und überlebt haben, wie der Didier Raoult, der das eigentlich, der Franzose, der das eigentlich überhaupt auf den Plan gebracht hat. Und auch viele Amerikaner fanden das ganz gut ist, Hydroxychloroquine, weil es eben die Leute nicht umgebracht hat. Aber hier muss man ganz klar sagen, es ist eine Frage der Dosis. Dieses Medikament hat eine sehr schmale therapeutische Breite. Und wenn man es zu hoch dosiert, und das ist hier passiert, dann kriegt man einfach 14 Tage später Kammerflimmern. Und Kammerflimmern ist ein plötzlicher Herztod. Und das hat, also anders ist die Kurve in Euromomo eigentlich kaum zu interpretieren, das hat zu dieser Übersterblichkeit Mitte April geführt. Es war nämlich ein ganz scharfer Peak da nur, und der war praktisch nur innerhalb einer bis zwei Wochen zu sehen. Dann fiel der genauso schnell wieder ab. Können Sie das vielleicht mal zeigen? Ich glaube, Sie haben das da. Ich habe das hier. Hier sehen Sie den Peak. Das ist jetzt Europa und All Ages, glaube ich, ne? Ja, 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 genau. Das ist dieser Peak, den Sie gelb markiert haben. Das heißt, man sieht vorher, das sind die Grippewellen, die normalen Wellen, und die geht runter und dann kommt plötzlich dieser Peak. So ist es, genau. Dann kommt plötzlich dieser Peak und der dann genauso schnell wieder abfällt, weil das natürlich auch bemerkt wurde und entsprechend wurden die Studien auch so beendet. In welchen Ländern ist das jetzt so? Das war ja nicht in allen Ländern, glaube ich, oder? Ne, genau. Das war nicht in allen Ländern so, sondern eben nur in den Ländern, in denen diese WHO-Studien durchgeführt worden sind. Und da gehörte vor allen Dingen England dazu. Das war, England hatte ja auch diese massive Übersterblichkeit im April. Das heißt, das, was meine Kollegen verängstigt hat, das war die Recovery-Studie, die da durchgeführt worden ist, mit diesen eben sehr hohen Dosierungen. Und in Belgien ebenfalls, in Belgien haben wir auch diese Übersterblichkeit. Belgien hatte übrigens zu der Zeit die höchste Übersterblichkeit in ganz Europa. Da muss man sich auch fragen, woran das liegt, wo das ja direkt an Deutschland grenzt. Und in Deutschland war das nicht so? In Deutschland war das nicht so. Wir haben keine Übersterblichkeit gehabt. Wurde das Experiment, also wurde diese Studie nicht auch in Deutschland umgesetzt? Also offensichtlich nicht flächendeckend. Also hier in Kiel weiß ich das genau, haben wir es nicht gehabt. In Nordrhein-Westfalen weiß ich nicht so genau, ob es da durchgezogen worden ist. Da haben wir auch keine Daten drüber. Euromomo ist witzigerweise, finden wir nur Daten für Hessen und Berlin. Aber das kann man ja tatsächlich alles nochmal nachprüfen, wenn man das denn will. Also man muss sagen, und in Belgien und in Frankreich, da wissen Sie, dass diese Studie mit diesem Malaria-Mittel, Sie haben Malaria-Mittel, in dieser Überdosierung durchgeführt wurde. Ja, genau. Das ist da bekannt, dass es da durchgeführt worden ist. In Spanien auch. Italien weiß ich es nicht so genau. Ich vermute aber auch, weil die da auch diese erhöhte Sterblichkeit hatten. Die haben aber auch sehr viel Antiviral-therapiert. Die waren ja das erste Land, was betroffen war. Da wurde viel mit Kortison und antiviralen Substanzen. Aber um es nochmal ganz klar zu machen. Jetzt muss man sagen noch, weil es noch keine Therapie-Empfehlungen gab. Um es nochmal ganz klar zu machen. Das, was wir gerade gesehen haben, dieses, das so hoch geht, quasi wie ein Zuckerhut und wieder runter. Das ist keine normale Epidemie-Kurve. So sieht keine Epidemie-Kurve aus. Die sind wesentlich breiter. Also das, durch das Virus zu erklären, fällt schwer, weil es einfach nur über einen Zeitraum von zwei Wochen ging. Und weil es vor allen Dingen in den unterschiedlichen europäischen Ländern sehr unterschiedlich war. Wie gesagt, die an uns grenzenden Länder hatten da ein ganz anderes, ein ganz anderes, eine ganz andere Übersterblichkeit. Und das muss ja erklärt werden können. Das kann eigentlich nur durch diese Therapie, durch diese katastrophale Hydroxychloroquin-Dosis erklärt werden. Weil das eben auch zeitlich, epidemiologisch und toxikologisch zusammenpasst. Also man kann diese Toxizität von Hydroxychloroquin in einem Büchlein nachlesen. Das heißt, ich habe das auch hier. Selbstbestimmt sterben mit Chloroquin. Ui. Okay. Deswegen, weil es diese schweren Rhythmusstörungen macht, dieses Kammerflimmern, ist es beliebt in der passiven Sterbehilfe. Ja, das muss man sich mal bei dieser Sache überlegen. Also im Grunde sind... Wie gesagt, die Dosen von Hydroxychloroquin, die waren in dem toxischen Bereich. Die Patienten hatten nach zehn Tagen knapp zehn Gramm von dem Hydroxychloroquin in TUS. Und das ist sehr wahrscheinlich, dass das diesen Peak hier in Euromumo erklärt. Und man kann ja über solche Fehler hinwegsehen, wenn in diesem Fall hat es nicht diese schreckliche Angst dadurch entstanden ist. Die Angst, die wirklich die ganze Welt ja praktisch lahmgelegt hat und diese ganzen abwegigen Maßnahmen rechtfertigen soll. Fehler passieren in der Medizin immer. Ich kann an die Geschichte mit dem Spinat erinnern. Da hat ja auch mal ein Trophologe sich einfach um Faktor 10 verrechnet. Und dann mussten Generationen von Kindern Spinat essen. Ich gehörte auch dazu. Und ich möchte Spinat nie, weil er immer so unangenehm auf der Zunge war und so einen pelzigen Geschmack hinterließ. Und das war die Oxalsäure, die im Spinat ist und die dem Körper eigentlich Calcium und Eisen entzieht. Also es war auch völlig kontraproduktiv, die Geschichte mit dem Spinat. Aber das hat jedenfalls keine Toten gekostet, sondern allenfalls so ein bisschen dem Körper Calcium entzogen in einem Moment, wo er ihn eigentlich ganz gut braucht. Das muss ich meiner Mutter erzählen. Die hat mich auch immer mit Spinat gefüttert damals. Genau, das war die Geschichte mit dem Spinat. Ja, ja, genau. Achso. Oh, wow. Okay, aber das ist natürlich schon eine deftige Geschichte mit diesem Malaria-Mittel. Ich kann diesen Namen mir nie merken. Sie haben gerade gesagt, in Frankreich... Oder der Handelsname ist Quensyl. Aha, Quensyl. Sie haben gesagt, in Frankreich ist das in einer Zeitung besprochen worden. Ja. Bei uns habe ich dazu nicht viel gelesen, außer dass die Studien dann erst mal gestoppt wurden. Also mehr habe ich in Deutschland dazu nicht gelesen. Nein, ich auch nicht. Es gibt einen französischen Abend in seiner Zeitung, dieses Interview, wo eben die beiden Kollegen oder wo der Professor Laundrie, der Leiter der WHO, dazu befragt wurde und eben diese Antworten gab, die ich schon nannte. Und der andere Kollege meinte, er hat es wohl mit Hydroxychino-Lin verwechselt, als er auf dieser Amöbenuhr zu sprechen kam. Und es ist dadurch fehlerhaft zu dieser Dosis gekommen. Also es ist ja auch bemerkt worden und ich weiß noch, damals ist es sogar in den öffentlich-rechtlichen Medien kurz erwähnt worden, dass die Therapie mit Hydroxychino-Lin möglicherweise zu einer Übersterblichkeit geführt haben könnte in Frankreich und England. Und als ich das hörte, dachte ich, oh, jetzt kippt die Sache, weil wenn das rauskommt, dann wird klar, dass deswegen die Leute wirklich gestorben sind. Aber das wurde nur einmal ganz kurz erwähnt und dann war es wieder verschwunden. Und das habe ich dann zum Anlass genommen, zu sagen, also das kann so nicht bleiben, das muss irgendwie möglichst weit publiziert werden, damit, es ist ja eigentlich eine gute Nachricht, muss man sagen. Es zeigt nämlich, dass nicht das Virus das Problem ist, sondern die Therapie dagegen das Problem ist und mit der kann man ja aufhören. Also immer gut, wenn man damit nicht ins Krankenhaus gegangen ist. Aber kommen wir nochmal auf diesen PCR-Test, das ist ja die Mutter aller Maßnahmen im Grunde. Dieser PCR-Test weist das Virus ja nur indirekt nach und nicht direkt. Wird es denn nirgendwo direkt nachgewiesen, dieses Virus, also dieses Coronavirus jetzt? Also das werden nur Sequenzen von dem Virus nachgewiesen. Das Problem mit dem PCR-Test ist ja nun mittlerweile relativ bekannt, ist viel zu sensitiver, er weist schon kleine Stückchen nach von einem Virus. Und man muss sich ja dann fragen, was bedeutet das, wenn wir ein Stückchen von einem Virus bei einem asymptomatischen Patienten nachweisen? Wir sind ja alle nicht steril, das heißt, wir weisen immer irgendwelche Viren nach und auch unter Umständen Corona-Viren, die wir mit uns rumtragen. Aber deswegen nicht eine Bedrohung für die Allgemeinheit sind, also nicht infektiös einzustufen sind, wenn wir gesund sind. Und genau das wird ja gemacht im Moment. Also es wird ja behauptet, asymptomatische sein, also könnten auch die Superspreader sein und andere Leute anstecken. Dabei gibt es eigentlich Arbeiten, die das genau Gegenteil besagen. Also in Nature zum Beispiel ist auch eine Studie publiziert worden, die ganz klar gesagt haben, wir haben sie hier, there were no positive tests amongst 1174 close contacts of asymptomatic cases. Also es ist eigentlich bekannt, dass asymptomatische nicht infektiös sind. Weil die Virusmenge gar nicht groß genug ist oder das Virus sich gar nicht vermehren kann, oder? Ja, weil es gar nicht in entsprechenden Mengen da ist und dieser Test, der kann trotzdem positiv ausfallen. Außerdem habe ich jetzt gelernt, kann man ihn tatsächlich auch manipulieren durch die Änderung der Zyklen, die man macht. Also die Änderung der Zyklen der PCR, wenn man viele Zyklen macht, dann kann auch ein ursprünglich ganz schwach positiver Test dann positiv werden. Und wenn man nur bei 17 Zyklen aufhört, dann ist er negativ. Also man kann sozusagen diese Laborergebnisse manipulieren, was natürlich auch ungut ist. Deswegen muss man sich weites Erachtens wie früher eigentlich danach daran orientieren, wo sind die Kranken? Wer ist krank und nicht wer ist positiv? Ja, früher hat man doch eigentlich auch ein Virus isoliert, also direkt nachgewiesen. Isoliert, ich habe es durchgelesen, dann gereinigt und dann hat man Experimente gemacht, um es hinterher wieder nachzuweisen, dass es auch krank macht. Genau, die Kochschen Postulate ist ja nicht die Anwesende eines Virus. Das ist ja erstmal nur eine Korrelation, die könnte einen Zusammenhang herstellen, einen Kausal, aber den muss man dann beweisen. Und dazu muss man eben dieses gereinigte Virus im Versuchstier vermehren oder in der Zellkultur vermehren und dann im Versuchstier die gleiche Krankheit auslösen, so wie es Robert Koch damals mit der Tuberkulose gemacht hat. Aber dieses Rezept ist mittlerweile verlassen worden und die Anwesenheit eines Virus reicht dann schon, um zu sagen, so der hat es jetzt, der hat es jetzt und egal was er hat, das hängt mit dem Virus zusammen. Und das ist das Thema, oder das Problem, was wir mit dem PCR-Test haben und den ganzen Toten, die uns ja viertelstündlich von Deutschlandfunk eingehämmert werden. Immerhin wird dann doch gesagt, ja mit oder an Corona, aber das ist ja mittlerweile eigentlich nur noch eine Floskel und meint eigentlich mit Corona oder meint an Corona gestorben. Dabei muss man bedenken, dass wir ja nicht unsterblich sind und dass wir am Tag 2600 Todesfälle haben in Deutschland. Und wenn das auf eine derartige PCR-Testwelle trifft, dann werden wir natürlich viele auch PCR-Covid-19-positive Fälle haben, die tot sind. Aber die sind halt beileibe nicht an Covid-19 gestorben, sondern sind mit Covid-19 gestorben. Und das ist das Verwirrspiel der Zahlen. Ich muss noch mal nachfragen, was diesen wirklichen Virusnachweis und den Erkrankungsnachweis dieses Coronavirus angeht. Ich habe ja mal gelesen, dieses Virus ist ja durchaus isoliert worden. Sind denn diese Kochschen Postulate irgendwann irgendwo erfüllt worden mit diesem Coronavirus, mit SARS-CoV-2? Nee, also wir haben genau dieser Frage sind wir nachgegangen und haben darauf keine Antworten gekriegt, die das belegen. Haben Sie denn gegensätzliche Antworten bekommen? Auch nicht. Haben Sie gar keine Antworten bekommen? Doch, wir haben Antworten bekommen, aber da hieß es, sie hätten es nicht gereinigt. Sie hätten es nachgewiesen, aber nicht gereinigt. Not purified. Okay. Wow. Sehen Sie denn eigentlich Parallelen zu diesen anderen Pandemien, die sich dann als nicht so schlimm herausgestellt haben der letzten Jahre? Reden wir von Schweinegrippe, Vogelgrippe, SARS-1 zum Beispiel? Ja, das war so ähnlich. Also da hat man sich auf die sowieso vorhandene Grippewelle draufgesetzt mit einem neuen PCR-Test und der eine oder andere reagiert positiv auf dieses Antigen dann. Und dann hatten wir plötzlich weniger Influenza-Fälle, dafür einige Schweinegrippe-Fälle und Vogelgrippe-Fälle. Und das Problem ist, und das ist der entscheidende Punkt, dass das klinische Krankheitsbild nicht unterscheidbar ist. Auch jetzt Covid-19, also das sind ja Erkrankungen. Man versucht es jetzt immer tatsächlich als etwas Besonderes dastehen zu lassen, wie man sagt, ja, Geschmacksveränderungen und solche Sachen würden auftreten. Nur, ich meine, Geschmacksveränderungen treten bei jeder Grippe auf, bei jedem nasoparongialen Infekt, also bei jener Sinusitis haben sie Geschmacksveränderungen oder Geschmacksstörungen. Deswegen ist es beileibe nichts Besonderes. Und wie gesagt, Covid-19 oder eine Coronavirus-Infektion kann ich jedenfalls nicht von einer Influenza unterscheiden. Das sind Gliederschmerzen, das ist Fieber, das ist Husten und Schnupfen. Und das kann in Einzelfällen tatsächlich auch mal zu Lungenentzündungen führen, genauso wie eine Influenza. Und wenn man das aber unbehandelt lässt, das ist nämlich das Gute an diesen Grippen, das sind selbstlimitierende Erkrankungen. Es ist ein Zeichen, dass man sich schonen muss und sechs Tage vielleicht mal ausspannen muss. Es gab ja diesen Spruch von früher immer, eine Grippe dauert mit Arzt eine Woche und ohne Arzt sieben Tage. Aber das ist natürlich Teufelswerk für die Pharmaindustrie. Krankheiten, die von selbst wieder weggehen, sind nicht erwünscht. Und deswegen ist die Bemühung hier schon lange in Gange, hier mit Antiviraler, die antivirale Medizin sagt ja eigentlich, dass es gegen das Virus kämpft. Also um das Virus zu vernichten, Versuche gemacht werden. Das war damals mit Tamiflu oder Schweinegrippe, was sich nicht bewährt hat, muss man ganz klar sagen. Trotzdem ist es immer noch in Gebrauch. Ich habe erlebt, dass in manchen Pflegeheimen dieses Tamiflu prophylaktisch ausgegeben wurde. Jetzt zur Corona-Zeit und diese antiviralen Medikamente haben das Problem, dass sie gleichzeitig das Immunsystem schwächen. Sie mögen das Virus auch vernichten, aber sie schwächen das Immunsystem, weil es in der Regel DNA-Terminatoren sind. Also auch das Medikament, was jetzt noch in Gebrauch ist, das Remdesivir, was immer noch gehypt wird, obwohl es eigentlich durchgefallen ist. Also die WHO hat es eigentlich schon zurückgepfiffen, aber ich sehe, es wird immer noch in Studien benutzt. Das war ein Artikel aus der Welt. Ich weiß nicht, ob das zu sehen ist. Aha, ja. Aha, okay. WHO-Studie zur Covid-Behandlung. Die größte Enttäuschung ist mit Abstand das schlechte Abschneiden von Remdesivir. Und wenn das da schon steht, dann kann man befürchten, dass es die Situation eher verschlechtert hat bei Covid-Erkrankten. Denn, wie gesagt, für so eine Erkrankung braucht man sein Immunsystem und Remdesivir ist auch ein Präparat, was aus der Chemotherapie kommt, die das Immunsystem schwächt. Das heißt, der Verlauf wird eher schwieriger durch diese Maßnahme. Gilt das eigentlich für alle Grippemittel, die man in der Apotheke kaufen kann? Na, die man so in der Apotheke kaufen kann, die sind ja meistens nicht so gefährlich. Da kann man sich Vitamine holen, vielleicht mal Aspirin oder mal ein bisschen Ibuprofen um die Gliederschmerzen. Es gibt ja auch so Grippostat und all solche Sachen, wo Grippe quasi schon im Titel ist. Die wirken ganz gut auf die Beschwerden, aber den Krankheitsverlauf ändern sie eigentlich kaum. Aber man wird diese lästigen Gliederschmerzen und Umständen los, oder etwas früher los, sagen wir mal. Das ist ja auch schon mal was. Das ist auch schon mal was. Im Grunde brauchen wir gegen diese Art von Viren, auch gegen dieses SARS-CoV-2-Virus, nichts weiter als ein starkes Immunsystem? Genau so ist das, ja. Und wie kriegen wir das? Und wenn wir tatsächlich eine Lungenentzündung kriegen, dann sind das meistens bakterielle Superinfektionen und dann sollte man allerdings auch ein Antibiotikum einsetzen. Das würde ich dann auch machen. Weil das, da kann man doch den einen oder anderen wahrscheinlich mit retten, weil eine bakterielle Lungenentzündung doch ein schwereres Krankheitsbild ist. Und das sind die Folgen einer viralen Erkrankung. Wenn das Epithel stark geschädigt ist, können sich da Bakterien vermehren und dann eine bakterielle Entzündung machen. Und die würde ich dann in der Tat mit dem Antibiotikum behandeln. Aber nicht mit antiviraler Therapie und auch nicht mit Kortison. Und das Kortison hat das Problem, dass es unter Umständen bei Patienten, die schwer krank sind, vorübergehend die Sauerstoffersättigung besser werden lässt, weil es eben Lymphozyten kaputt macht und dadurch die Diffusion wieder etwas besser wird. Aber auf den Verlauf der Erkrankung wirkt es eher ungünstig. Deswegen würde ich versuchen, Kortison möglichst wegzulassen. Leider hat die WHO Dexamethason, was ein ganz starkes Kortisonpräparat ist, durchgewunken, sodass mittlerweile immer noch Patienten, die mit Covid-positiv markiert auf die Intensivstation kommen, erst mal einen Schuss Kortison kriegen. Warum winken die das durch, wenn es eigentlich kontraprodukt ist? Ja, sie haben offensichtlich Studien gehabt, die so aussahen, als könnte es in manchen Fällen jedenfalls helfen. Es gibt aber auch Studien, die sagen, dass Kortison möglicherweise eher kontraproduktiv ist. Also da gibt es offensichtlich unterschiedliche Studien dazu. Und naja, der Arzt ist immer geneigt, eher was zu tun, als nichts zu tun. Deswegen setzen sich manche Dinge eben dann doch eher durch. Und die Gefahr heutzutage ist immer die, dass wir eine Übertherapie haben heutzutage. Eher selten, dass wir untertherapiert sind. Nochmal zur Grippe. Wir haben ja im Moment auch nicht so viel Grippe. Also wir haben bisher wenig Influenza-Fälle. Es ist vielleicht auch wieder eine Parallele zur Schweinegrippe. Da gab es dann auch, wie Sie vorhin gesagt haben, weniger. Aber wie ist das eigentlich mit der Grippe? Es gibt ja diese starken Grippejahre. Und da gibt das RKI so Zahlen raus wie 25.000 Tote oder 30.000 Tote. Wie werden die denn eigentlich gezählt? Ja, also ich habe hier eine Grafik aus dem Robert-Koch-Institut. Da sieht man, dass die Influenza praktisch verschwunden ist. Und eigentlich nur noch Covid-Fälle hier auftauchen. Das mag daran liegen, dass eigentlich nur noch auf Corona abgestrichen wird im Moment. Und gar nicht mehr auf Influenza. Wenn Sie mir nachher den Link schicken könnten, das wäre super. Dann können wir das unter das Video drunter machen. Aber um auf die Frage zurückzukommen mit den 25.000 Toten im Jahr. Das sind diese wellenförmigen Übersterblichkeiten. Da wird im Grunde einfach von der Wintersterblichkeit, die Wintersterblichkeit ist immer höher, die Sommersterblichkeit abgezogen. Was übrig bleibt, das sind ungefähr 25.000. Das wird der Influenza zugerechnet. Und das ist natürlich eine Methode, die man eigentlich so nicht stehen lassen kann. Da wird die Influenza so recht verteufelt. Nämlich so tödlich ist sie nicht. Wenn man tatsächlich die Influenza-Todeszahlen nachguckt im Robert-Koch-Institut und der Tod an Influenza ist in der Tat meldepflichtig, dann landet man im dreifälligen Punkt. Dann landet man im Tonaussetzer. Dann landet man in welchem Bereich, bitte? Im dreistelligen Bereich. Im dreistelligen Bereich. Also hunderte Influenza-Tote. Also wenn man die Meldezahlen, der Tote an Influenza, wie gesagt, ist meldepflichtig. Und es wird offensichtlich nicht viel, werden nicht viel Tote an Influenza gemeldet. Aber die anderen Zahlen kommen, wie gesagt, einfach aus dieser Substraktion Winter-Sommersterblichkeit. Ja, aber das ist doch völlig unseriös. Wie kann das RKI das machen? Ja, weiß ich auch nicht. Die machen es einfach. Die machen es. Man fragt sich ja immer, wer profitiert von so etwas? Und im Grunde hatten wir das ja alles schon. Es ist ja die Pharmaindustrie, die ja sehr viele Präparate loswerden will. Da fragt man sich aber trotzdem, wieso macht die Politik das mit? Haben Sie da eine Erklärung? Also wie die Geldströme im Einzelnen sind, kann ich nicht beurteilen. Wieso die Politik das mitmacht, weiß ich tatsächlich auch nicht. Dass die Pharmaindustrie da völlig wahnsinnig davon profitiert, ist völlig klar. Und im Moment ja in einer unglaublichen Art und Weise. Man sieht die Geldströme in die Labors fließen. Die Labore drucken gerade Geld im Moment. Ja, durch diese PCR-Hysterie. Und die Industrie sitzt immer noch in den Startlöchern mit diversen schwer immunsuppressiven Präparaten. Einige habe ich noch gar nicht genannt. Das sind die sogenannten Interleukin-Inhibitoren. Es wird von Covid-19 ja immer behauptet, dass es einen Zytokinsturm auslöst. Der Zytokinsturm ist aber eigentlich nichts weiter als die Abwehrreaktion, die man lieber ablaufen lassen sollte. Und symptomatisch behandeln sollte. Also wenn es dann tatsächlich zu Lungenerkrankungen kommt mit Sauerstoff. Aber diesen Zytokinsturm auszubremsen mit Interleukin-Inhibitoren, das sind eben so Zytokin-Inhibitoren, das sind schwerste Immunsuppressiver, die die Abwehrreaktionen im Keim ersticken. Das kann sich also wirklich nur ungünstig auswirken. Wow. Das nächste, was auf dem Plan steht, ist ja die Impfung. Braucht es die Ihrer Ansicht nach? Ich ahne die Antwort. Ja, Sie ahnen die Antwort. Also aus meiner Sicht ist sie natürlich völlig überflüssig, weil die Krankheit selbst nicht annähernd so schlimm ist, wie sie dargestellt wird. Es gibt ja mittlerweile auch darüber neue Studien von Johannides, der ganz klar gesagt hat, dass die Covid-19-Erkrankung nicht tödlicher ist als die saisonale Grippe. Wieso das nicht zur Kenntnis genommen wird vom Robert-Koch-Institut, weiß ich auch nicht oder von der WHO. Das ist da nämlich bekannt und Johannides ist ja nicht irgendwer. Das ist einer, der genau nur so was macht, solche Studien auseinander nimmt und dann aufzeigt. Genau, der sitzt in Stanford und ist quasi so eine Art Überwissenschaftler, einer der meistzitierten Wissenschaftler der Welt. Genau. Der allerdings auch sagt, dass fast 90 Prozent der publizierten Studien Unsinn sind, die wir heutzutage zu lesen bekommen. Das fürchte ich trifft es ungefähr. Hat das damit zu tun, dass der, der zahlt, die Studie bekommt? Bitte? Hat das damit zu tun, dass der, der zahlt, die Studie bekommt, die er möchte? Das ist sicherlich viel, genau, ist sicherlich viel Korruption in dieser Geschichte dabei. Es ist ja auch so, dass die Editor von den großen Journals, also von New England Journal und Lancet, haben sich ja häufig schon kritisch geäußert über den Druck der Pharmaindustrie. Also die Editorin vom Lancet, die Garcia Angel, die hat ja sozusagen in den Sack gehauen, hat aufgehört, indem sie auch dann ein Buch geschrieben hat über die Probleme, die die Pharmaindustrie macht. Also wie sie die Editor der Journals unter Druck setzen. Als Arzt können Sie eigentlich nur glauben oder nicht glauben, was da steht. Am besten gibt man sich einen Überblick, indem man sich die Interessenskonflikte der Autoren anguckt. Dann kann man schon ungefähr wissen, was davon zu halten ist. Aber es ist eben schwierig, Sie können ja nicht selbst an die Rohdaten ran. Und gerade im Falle von Hydroxychloroquine war es ja so, dass sowohl der Lancet als auch der New England Journal zwei große Studien veröffentlicht haben, in denen beschrieben wurde, dass der Studienarm mit Hydroxychloroquine doppelt so viele Tote zu verteichnen hatte, wie der Non-Chloroquine-Arm und als man dann ahnte, was das für eine Katastrophe bedeutet, hat man diese Studien zurückgezogen. Es ist unglaublich, die sind einfach wieder retracted statt da plötzlich da unter der Begründung, man sei nicht an die Rohdaten angekommen und die eher aus meiner Sicht fadenscheidige Begründung, nämlich die waren ja vorher auch Peer Review, die Arbeiten, die da publiziert worden sind. Und dann plötzlich hinterher zu sagen, naja, nee, das war doch nicht so gemeint. Das hat schon so ein bisschen gesperrt. Genau, Peer Review heißt, von anderen Wissenschaftlern nochmal nachgefragt worden. Von anderen Wissenschaftlern überprüft worden, ja. Da hat jemand richtig Druck gemacht, ne? Den Eindruck hat man, genau. Im Moment, wenn man sich die Nachrichten anschaut, also gerade jetzt in diesen Tagen, wird das Thema nochmal so richtig hochgepusht. Also ob wir wirklich kurz vor der Katastrophe stehen. Wenn man jetzt ganz, ganz böse spekulieren möchte, dann könnte man sagen, jetzt soll nochmal richtig Angst gemacht werden, bevor geimpft wird. Aber das ist natürlich jetzt die ganz große, pure Spekulation. Und es gibt seit heute in den Medien die Debatte, ob Geimpfte bevorzugt werden sollen. Also diese Debatte wird jetzt gerade angestoßen. Das wäre dann die Impfpflicht durch die Hintertür. Halten Sie das für möglich, dass das so kommt? Ich befürchte, dass, dass die Impfpflicht durch die Hintertür kommt. Vor allen Dingen wird es ja so sein, dass das heißt, also Personen, die im Gesundheitsbereich arbeiten, müssen sich impfen lassen. Oder die mit Kindern arbeiten, müssen sich impfen lassen. Oder andere Gruppen oder in Altersheimen müssen sich impfen lassen. Das heißt, es ist kein direkter Impfzwang dann. Man kann sagen, ja, sie können ja auch woanders arbeiten. Oder sie suchen sich einen neuen Job. Oder sie dürfen nicht mehr fliegen, sie können nicht mehr weg. Quantas hat ja die, die australische Fluglinie hat schon gesagt, ungeimpft fährt ja keiner mit. Also es ist ganz offensichtlich so, dass hier eine Impfpflicht über die Hintertür eingeführt wird. Also eine indirekte Impfpflicht. Sie werden nicht festgehalten und geimpft, sondern ihnen wird halt dieses oder jenes verboten, wenn sie nicht geimpft sind. Wahrscheinlich wäre das halt auch verfassungsrechtlich schwierig und deswegen dann so. Vielen Dank, Dr. Köhnlein nach Kiel. Ich befürchte, uns steht noch ein schweres Jahr bevor. Ich danke Ihnen recht herzlich für Ihre Ausführungen. Tja, Leute, das Beste, was wir machen können, wir haben es gerade erfahren, ist unser Immunsystem stärken. Und dazu gehört auch, dass wir nicht panisch werden, in keine der Richtungen panisch werden. Also raus in die Natur, gelassen sein, viel schlafen und dann sind wir für alles gewappnet, was noch auf uns zukommt. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis dann. Tschüss.